servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es gibt neuigkeiten bezüglich des in game shops für patch 9.1.5 und zwar wird es ein neues pet geben was ich aber tatsächlich interessanter finde es wird ein neues transmog set zu kaufen geben im shop und dazu passen neue bundles wo ihr alte transmogs bzw das alte transmog mit kaufen könnt und das neue dazu gibt es leider nur ein bild das hat auch nicht die allerhöchste qualität aber es reicht um sich das ganze zumindest mal anzuschauen wir sehen hier dass da oben drin müsste das neue pet sein wenn mich nicht alles täuscht und hier haben wir das neue transmog set es hat einen mond touch und es sieht so aus als fliegen da sterne drumherum ein bisschen um die rüstung um die schultern das finde ich sieht gar nicht mal so schlecht aus wenn man es vergleicht zu diesem clowns kostüm hier ist das doch deutlich besser gelungen wird wahrscheinlich auch wieder seine 20 euro kosten dafür muss halt jeder selber entscheiden ob es ihm das wert ist was aber interessant ist an der geschichte ist dass es scheinbar neue bundles geben wird und zwar bekommt ihr scheinbar in diesem set mit dem neuen transmog dieses kleine für der name gerade nicht ein argus kälbchen sage ich jetzt mal das himmels ross und das neue transmog zusammen und hier bekommt ihr dann den feendrachen das tolle wunderschöne transmog set und noch ein dazu passendes pet wahrscheinlich alles zusammen wie mir vorstellen 30 35 20 40 50 ja 30 euro vielleicht insgesamt alles zusammen weiß ich nicht muss wie gesagt muss dann am ende jeder für sich selbst entscheiden who am i to judge ich habe auch schon was im shop gekauft deswegen weiß nicht kann ich es da keinem verübeln wobei ich halt sagen muss dass transmog ist in ordnung besser als das alte wenn sie sowas machen würden oder mehr machen was sich für mich da halt immer fragt wie gesagt ich finde es okay wenn sie sowas in den shop packen ich werde nicht gezwungen es zu kaufen alles gut aber wenn man zum beispiel solche neuen schulter effekte einführt wie sowas hier und das sieht aus als kommt das von den schultern warum gibt es das dann nicht auch ingame zum freispielen das fände ich ganz cool oder zum beispiel warum gibt es im shop immer für mounts relativ neue models während wir sonst immer recolors bekommen oder sehr sehr oft das sind so ein paar sachen die ich dabei immer ein bisschen bitter finde aber gut letzten endes kann jeder zum glück für sich selbst entscheiden schreibt mir eure meinung vor allem zu dem transmog set meinen die kommentare damit danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und abo da aktiviert die glocke würde mir sehr sehr helfen und damit bis zum nächsten video habt noch ein schönes wochenende reingehauen